Ich mag es! Ich habe die GOG-Version. Quatsch. Die europäische Version, die habe ich auf Disc. Aber die bekommst du ja nicht mehr zum Laufen. Die Standard-Version. So. Ich hatte die Folge schon aufgenommen gehabt. Ich hatte aber einen recht bescheiden schönen Start. Ja, ich bin kurz vor Schluss gestorben und ich hatte nichts zwischengespeichert. Das hat mich so geärgert, da dachte ich mir, nee, da fängst du nochmal von vorne an. Und, ähm, dass ich wenigstens meine ganze Ausrüstung noch habe. So. Das hier habe ich auch nur durch Zufall entdeckt. Ich habe keine Ahnung, wohin das hier führt. Oder was das ist. Ich habe nur gesehen, hier ist eine Tür mit einem leuchtenden blauen Strich oben. Okay, Nuclear Warhead. Ähm, Railgun-Munition und Missiles. Gut. Ja. Man könnte jetzt natürlich das Boot nehmen. Und ja, es geht auch hier tief runter. Steuert sich, oh. Steuert sich schlimmer als ein Kajak. So. Jetzt sagt mir nicht, ich kriege die Tonnen da nicht kaputt. Doch. So, für dieses Tor hier brauchen wir die rote Keycard, die wir noch nicht haben. Und wieder 200 Schuss. Sehr schön. Und für diese Tür brauchen wir die blaue Keycard. Alles klar. Ich habe niemals rausgefunden, wie ich da rüberkommen soll. Ja, man kann... Ich meine, wenn ich da jetzt ins Wasser springen sollte, ist das nicht ganz so... Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Jedenfalls nicht von hier. Vielleicht von da oben? Dass man da rüber... Ich habe keine Ahnung. Ich kann es gerne mal versuchen. Aber ich glaube, das ist zu weit. Das schafft man nicht. Die richtige Höhe wäre es, ja. Aber ich habe auch nicht so viel... Oh. Da stand jetzt auch dämlicherweise noch das Boot an der Stelle. Ja, ich hätte sterben können. Ja, wir müssen hier auch rein. Ich muss bloß mal gucken. Es gibt hier scheinbar mehrere Eingänge. Das habe ich letztens gar nicht gemerkt. Aber hier. Hier ist der Haupteingang. Und ich muss schon mal warnen, die Lichtverhältnisse hier drin sind katastrophal. So. Bevor mir das jetzt nochmal passiert, werde ich einmal zwischenspeichern hier. So. Wie waren das jetzt hier? Wir haben... Hier, genau. Hier ist der Schalter. Dann habe ich hier um den manuellen Override. Und dann musste ich mich hier verstecken. Weil das Ding nämlich jetzt gleich in die Luft fliegt. Jawohl. Und dann, genau. Das fand ich auch ein bisschen sehr eigenartig, ne. Diese Tür bekommt man nur mit diesem Schalter auf. Warum macht man den da rein? Aber über Schalterpositionen haben wir uns ja schon öfter mal gewundert. So. Alles klar. Den hätten wir. Da drüben finde ich Nähdkits und eine Gasbomb. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber auf der Rückseite von diesem Teil hier finden wir nochmal einen Fortune Cookie. Und damit haben wir das geschafft. Aber halt. Ne, ich muss... Ich wäre jetzt hier fast wieder rausgegangen. Wir müssen die rote Keycard hier noch einsammeln. Das wäre jetzt was gewesen. Wenn ich die nicht mitgenommen hätte. Komm schon. Super. Ich würde mal sagen, den schlimmsten Teil haben wir hinter uns. Ja, das war das Innere des Schiffes. Ich werde mal wieder einmal speichern. Das wird hinter dieser Tür nicht angenehm. Ah, Mann. Das sollte so jetzt nicht passieren. So. Gut. Wir müssen offensichtlich durch diese Tür. Ich muss mich hier ein bisschen beeilen, weil die Plattform geht nach kurzer Zeit wieder runter. Und dann haben wir hier den nächsten sonderbar positionierten Schalter. Ja. Und hier bin ich gestorben. Also. Ich weiß jetzt nicht, ob es kurz vorm Ende ist. Aber. Da hinten ist irgendwo ein Schattenkrieger. Ja. Und der hat mich fertig gemacht. Ich hoffe, dass ich den jetzt erwischt habe. Aha. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Die sind ja auch mindestens genauso mies. Das Schlimme ist auch, dass das Level so dunkel ist. Man sieht hier kaum was. Nein. 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 Verdammt. Ich habe es gesehen. Die haben eine Sticky Bum da oben rangehauen. Oh, bitte. So, einmal speichern. Das muss jetzt sein. Das ist mir hier echt zu heiß. Ach, guck mal, es gibt einen Lichtschalter hier. So. Die Sticky Bombs haben wir. Ich würde jetzt ganz gerne da oben rauf. Was haben wir hier? Komm, noch einer. Gut. Das Reparatur-Kit haben wir anscheinend noch. Damit kann ich das hier reparieren. Die Frage ist nur, wozu baue ich das? Tja. Das ist einfach nur Spaß an der Freude hier, denke ich mal. Die blaue Keycard. Oh. Ja, ich werde nicht mehr. Komm, steig ein da. Ja. Ich hoffe, das waren alle bösen Überraschungen, die da rauskamen. Aber ich wüsste ganz gerne, wie ich da, wie ich da reinkommen soll. Kein Teleport? Ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Teleporter hier. Gut, also ich sehe jetzt hier keinen Schalter. Ist aber auch wieder verdammt dunkel. Von daher würde ich sagen, suchen wir die blaue Tür, die auf dem Boot war. Ähm, ich kann ja das Reparatur-Kit hier oben gleich nochmal mitnehmen. Dann haben wir es. Wer weiß, ob wir es nochmal brauchen. Das klingt nach ordentlich, äh, ordentlich vielen hinter dieser Tür. Die Riot-Gun. Ach, da unten stehen ja welche. Jetzt nicht mehr. Nein. Meine Güte, nee Was sind das für Viecher? Das ist nicht wahr Ah, verdammt Oh, der hat mich jetzt richtig mies erwischt So, da haben wir nur noch vier Schuss Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Usi nehmen So ein luxuriöses U-Boot gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Wir haben wieder ein paar Schutzshells Aber ich könnte auch mal wieder die Railgun nutzen Oh, hau mir ab Eine Piratenflagge hier Captain Bleach Dr. Jones Und, äh, kann ich nicht mehr lesen Ahab Captain Ahab Na, Night Vision Pull Ach hier, Pull Okay So Ein verdächtiges, leeres Bücherregal So, da sind wir jetzt hier einmal rum Da brauche ich die gelbe Keycard Okay, die befindet sich mit Sicherheit hier nachher irgendwo Das hier die, äh, die Funkstation Oh, Gott Ja, ganz toll Warum müssen die Türen immer wieder von alleine zugehen Wenn man da mal aus Versehen gegenschießt Mit der Kanone hier, dann Büßt man auch massig Leben So, wir haben die gelbe Keycard Oh, damn Oh, damn, I'm running into walls now Are you ready for that move? Pull it out Verdammt Ich muss echt mit meinen Waffen aufpassen hier So Apropos aufpassen Wir werden mal wieder Sicherheitshalber Speichern Was? Wo war denn jetzt, äh Es gibt überall Lichtschalter Und ich, ich übersehe die ständig So, was haben wir denn hier? Das ist die Kühlkammer Oh Ja, nice Warum komme ich hier wieder nicht raus? Das hatten wir doch vorhin schon einmal geöffnet, oder nicht? Okay Okay Oder geht die wieder zu? Tatsächlich So, wir haben die gelbe Keycard Oh, ich sehe nix Ich sehe absolut nichts Äh, das ist ein Teleporter Die Frage ist nun, sollte ich da rein? Das ist jetzt hier schon Angst speichern Ach, okay Warning Power off Steht ja auch da Aber die von der anderen Seite haben offenbar Power Okay, wir haben hier irgendwas geöffnet Ah, ja Und da hinten kann ich die Wand zerstören Ah, okay Ah, okay Das ist, äh Die, die erste Bruchstelle, wo wir schon mal drin waren So Gut, jetzt funktioniert der Teleporter Ich werde speichern Sicherheitshalber Weil ich nicht weiß, was mich da erwartet Da ist jetzt irgendwas Da geht irgendwas auf, oder? Muss ich da jetzt raus? Deshalb dieser, äh, Durchbruch Damit ich nicht Den ganzen Weg, äh, erneut da hinlatschen muss Ich jetzt bloß wüsste, wo das war Da, ich hab's gesehen Oh Nein, die Luft Das war's Bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wenn ihr wollt Dann sehen wir uns Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020